Sie haben wahrscheinlich gesehen, Severin von Hornsbruch, wer ihn nicht kennt, ist ein gebürtiger Kölner, von Beruf Schauspieler, Regisseur, Psychologe, Trainer, Berater, Verwalter von Schloss Thürnig in Kerpen. Und weil das alles nicht genug ist, auch noch Demeter Obstbauer. Alles in einer Person. Wobei er sagte, Obstbauer ist ja versehentlich geworden. Friedrich Severin von Hornsbruch hat letztes Jahr ein Theaterstück entwickelt, Food Crash. Das lief in der Comedia, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gesehen hat. Und sein Schlusswort knüpft genau bei diesem Theaterstück jetzt an. So. Jetzt sitzen Sie alle schon ziemlich lange. Und Sie dürfen jetzt noch länger sitzen bleiben. Ich möchte Ihnen nämlich ein bisschen was erzählen. Ich habe eigentlich zwei Tüten mitgebracht. Und ich habe schon gehört, man darf so jemanden wie der Bürgermeisterin oder dem Minister, dem darf man nichts schenken. Sie dürfen ja nichts mitnehmen. Aber ich kann Ihnen sagen, alle dürfen sich nachher da hinten an einem Gemüsestand, den wir extra eingerichtet haben, was zu essen mitnehmen. Sie können sich da so Tütchen packen. Ja, es kostet auch nichts. Sie können sich einfach packen, was sie wollen und nehmen es mit nach Hause. Und weil Politiker nie Zeit für sowas haben, habe ich schon mal für sie gepackt. Aber die kosten eh nichts. Insofern. Dürfen Sie sich die nachher mitnehmen. So. Ja, das bin ich. Und ich würde Ihnen gerne ein bisschen was erzählen, wenn Sie das jetzt noch aushalten. Aber Sie müssen es aushalten, weil Sie sitzen ja hier. Als ich dieses Stück Foodcratch gemacht habe, da macht man ja so wie der Valentin auch. Der hat angefangen zu recherchieren. Und ich habe auch angefangen zu recherchieren und versucht herauszufinden, worum geht es da eigentlich bei Welternährung und solchen Themen. Und da habe ich Sachen herausgefunden, die haben mich so tief schockiert und so tief berührt, dass ich gesagt habe, wenn wir da nicht was machen, dann haben wir bald echtes Problem. Okay. Und ein paar von den Sachen, die möchte ich Ihnen gerne mal erzählen. Wissen Sie, was das ist? Das sind Felder in Saudi-Arabien. Da wird Getreide angebaut. In Saudi-Arabien, das ist nämlich ganz toll, da gibt es eine Wüste, aber unter dieser Wüste gibt es einen See, der ist ungefähr so groß wie der Eri-See. Und da kann man Wasser rausziehen. Und dann haben die Getreidefelder angelegt. So sehen die aus. Riechtige Getreidefelder, alle kreisrund und haben die bewässert mit diesem Wasser, das da unten drunter ist. Damit ist in den 90er Jahren Saudi-Arabien zehntgrößter Getreideproduzent der Welt geworden. Zehntgrößter Getreideexporteur der Welt ist Saudi-Arabien geworden in den 90er Jahren. Und wissen Sie was? Der See ist jetzt leer. Und jetzt ist Saudi-Arabien zehntgrößter Getreideimporteur der Welt. Jetzt kann man sagen, wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass man innerhalb von ein paar Jahren seine Ressourcen, die tausende von Jahren dort aus dem Boden gesprudelt sind, innerhalb von ein paar Jahren verbraucht. Dann kann man sagen, ja die Saudis, die sind halt irgendwie doof oder was? Die Realität ist aber, wir machen genau dasselbe. Wir bringen unseren Planeten ja bekanntlich zum Schmelzen und Klimawandel ist so ein Thema, damit haben wir uns alle schon viel beschäftigt. Das hört man dann irgendwie in Paris, gibt es dann eine Diskussion über Klimawandel und dann heißt es ja, wir müssen die Braunkohlekraftwerke abschalten und wir müssen irgendwie den Verkehr reduzieren und wir müssen all solche Sachen machen. Aber ein Wort habe ich nie gehört in Paris und das Wort heißt industrielle Landwirtschaft. Die Frage ist aber, wer ist überhaupt hauptverantwortlich für den Klimawandel? Und ich kann Ihnen was sagen, es ist nämlich überhaupt nicht der Verkehr und es ist auch nicht die Kohleindustrie und gar nichts. Die industrielle Landwirtschaft ist hauptverantwortlich für den Klimawandel auf unserem Planeten. Es gibt eine Studie in Nature, da hat wirklich das Who is Who der Geowissenschaften mitgearbeitet. Diese Studie heißt Planetary Boundaries. Was hält unser Planet aus? Was sind die planetaren Belastungsgrenzen, die unser Planet aushält? Diese Studie hat durch das Who is Who der Geowissenschaften mitgearbeitet. Das ist jetzt nicht im Greenpeace-Mitgliedermagazin oder im Schrot und Korn erschienen, sondern in einer der renommiertesten Wissenschaftszeitungen. Planetary Boundaries sieht so aus. Die haben sich also die Frage gestellt, was sind so die Grenzen, was unser Planet aushält. Und die haben neun Faktoren herausgefunden, wo die Wissenschaftler gesagt haben, wenn wir an diesen Faktoren über eine bestimmte Grenze gehen, dann führt das zu fatalen, nachhaltigen, gewaltigen Katastrophen auf unserem Planeten. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, da stehen so Sachen wie Klimawandel da oben. Aber wie Sie sehen, bei Klimawandel, zu alleroberst, da sind wir ja noch nicht mal bei der roten Belastungsgrenze. Ja, sondern da sind wir irgendwo sogar noch so eigentlich in einem ganz guten Bereich. Es gibt aber andere Bereiche, ja, die heißt zum Beispiel Biodiversität oder auf der anderen Seite Stickstoff-Phosphor-Kreislauf, da sind wir schon lange drüber. Aber sowas von drüber. Und diese Sache mit diesem Stickstoff-Phosphor-Kreislauf, diese beiden Themen, da würde ich Ihnen gerne kurz ein bisschen was zu sagen. Stickstoff. Der Stickstoff, der hat ja so nach dem Ersten Weltkrieg, da war irgendwie Schießpulver übrig und dann haben sie das auf die Felder geschmissen und gemerkt, wow, wenn ich Stickstoff, das in Schießpulver drin ist, da drauf schmeiße, dann wächst alles wahnsinnig schnell. Und dann hat man herausgefunden, es gab nämlich ein Verfahren, das wurde in der Zeit entwickelt, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, da kann man aus der Luft den Stickstoff mineralisieren und dann in den Boden reinbringen. Jetzt ist es so, auf einen Hektar industrielle Landwirtschaft bringt der Landwirt im Schnitt 160 Kilogramm Stickstoff aus. Zur Herstellung brauchen sie pro Kilo ungefähr ein Liter Öl, äh, zwei Liter Öl. Das heißt, es sind ungefähr 320 Liter Rohöl umgerechnet, was einfach energiemäßig auf den Acker kommt pro Hektar. Wenn Sie den Acker umpflügen und so, dann gast das später aus. Es wird nur von etwa 30 bis 50 Prozent von der Pflanze aufgenommen. Der Rest geht in die Meere und zerstört. Es gibt riesige Kilometer, Quadratkilometer große Todeszonen in den Meeren, ja, und es gast eben als Stickoxid aus und das ist eben ein Treibhausgas. Ich sage Ihnen mal, was der mineralische Stickstoff im Boden macht. Am Beispiel von Getreide, ja. Wenn Sie das ausspringen, dann wächst also auf einem Quadratmeter natürlich das Getreide viel stärker. Aber es wächst nicht nur das Getreide viel stärker, sondern es wächst auch das ganze Unkraut viel stärker. Ist aber kein Problem. Da gibt es ganz tolle Herbizide, die kann man ausbringen und dann ist das Unkraut weg. Jetzt wächst aber auf diesem Quadratmeter auch viel mehr Getreide als vorher. Das führt zu einem Belüftungsproblem. Dann kommen Pilze. Ist aber kein Problem. Gibt es ganz tolle Fungizide, die hergestellt wurden, dann kann man diese Pilze wegmachen. Jetzt wächst das Getreide sehr schnell. Dadurch wird die Zellstruktur so ein bisschen schwach. Und das ist ein Ort, da können wiederum andere Pilze gut angreifen. Deren Antagonisten, die Pilze nämlich von vorher, die haben wir leider gerade mit Fungiziden weggemacht. Ist aber kein Problem. Gibt es auch ganz tolle Fungizide, damit kann man das auch wegmachen. Jetzt wächst der Halm aber so schnell und die schwache Zellstruktur ist so stark, dass das Getreide umfällt. Ist aber kein Problem. Gibt es ein sogenanntes Hormonpräparat, einen Halmverkürzer. Damit wird das Getreide kürzer und dann fällt es nicht um. Jetzt wird es aber auch viel grüner. Dadurch kommen Schadinsekten, werden dadurch angezogen, durch dieses dunkle Grün. Insbesondere Läuse ist aber kein Problem. Das ist ein ganz tolles Pestizid, damit kann man das auch alles wegmachen. Und dann ist es aber auch noch so, dass das Ehrenblatt, dadurch, dass wir den Halmverkürzer hatten, näher an die Ehre ranrutscht. Jetzt springen Pilzsporen von diesem Ehrenblatt auf die Ehre über. Ist aber kein Problem. Das ist ein ganz tolles Ehrenfungizide. Das kann man ausbringen, dann ist das auch weg. Jetzt reift aber das Getreide nicht rechtzeitig ab. Dann kann es nicht gedroschen werden. Ist aber kein Problem. Gibt es ein ganz tolles Mittel. Sogenanntes Totalherbizid. Roundup, auch Glyphosat genannt. Und das bringt man dann aus. Und dann reift das alles ab, weil es nicht stirbt. Und dann kann ich es dreschen. Das ist die Folge von mineralischem Stickstoff in unseren Böden. Ich wollte Ihnen das nur mal kurz erzählen, weil das macht man sich immer nicht klar. Man ärgert sich über Glyphosat im Bier und findet das ganz furchtbar. Aber die Frage, wie ist denn das da überhaupt reingekommen? Und was ist die Ursache dafür, dass wir das brauchen, das Glyphosat? Das ist nämlich an einer ganz anderen Stelle. Und das andere Thema, Biodiversität. Lassen Sie mich dazu auch noch ein kurzes Wort sagen. Seit 1992 sind 85% aller Fluginsekten weg. Wenn ich früher mit dem Auto nach München gefahren bin, musste ich unterwegs zweimal stehen bleiben und meine Windschutzscheibe sauber machen und diese ganzen Fluginsekten da runter kratzen. Heute fahre ich nach Kroatien in den Urlaub und wieder zurück und bleibe kein einziges Mal stehen. Und das liegt nicht daran, dass meine Scheiben besser sind. Jetzt kann man sich sagen, na gut, diese ganzen Insekten und so eine Feldlärche, mein Gott, was brauche ich die? Das Problem ist aber, wir leben in einem komplexen System. Und wenn Sie anfangen, aus diesem komplexen System einzelne Bausteine rauszunehmen, führt das irgendwann dazu, dass das System nicht mehr stabil ist. Die Biodiversität ist das Immunsystem unserer Erde. Wenn wir die kaputt machen, dann machen wir uns selber kaputt. Und raten Sie mal, welche Branche hauptverantwortlich ist für den Rückgang der Biodiversität auf diesem Planeten. Es ist wieder die industrielle Landwirtschaft. So, das heißt, das, was wir brauchen am Ende des Tages, ist eine gute und nachhaltige Landwirtschaft, die genau das nicht macht. Und das geht. Und ich sage jetzt nicht bio oder konventionell, sondern ich sage, eine gute, vernünftige, nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft, damit funktioniert das. Und damit die Erde zu ernähren, kein Problem. Da sagen nämlich immer alle, wir brauchen die große industrielle Landwirtschaft, weil wir sonst den Planeten nicht satt kriegen. Völliger Quatsch. Und ich erkläre es Ihnen auch gerne, wenn Sie mich nachher ansprechen, warum das völliger Blödsinn ist. Es ist überhaupt kein Problem, die Erde mit einer nachhaltigen, vernünftigen Landwirtschaft zu ernähren. Und ich glaube, dass wir diesen globalen Wahnsinn, den wir mit unserer Ernährungspolitik anstellen, und nebenbei bemerkt, unser Flüchtlingsproblem, das wir im Moment haben, ist auch auf Basis von industrieller Landwirtschaft passiert. In Syrien, in den vier Jahren, bevor es in Syrien 2011 richtig losgegangen ist, waren vier Dürrejahre. Und was macht der Assad? Er unterstützt mit dem Wasser, das Syrien hat, die industrielle Produktion von Nahrungsmitteln für den Export. Damals sind über eine Million Landwirte in Syrien in die Städte gewandert, weil die auf dem Land plattgegangen sind. Und dann wundert man sich, dass wir hier Flüchtlinge haben. Also Landwirtschaft ist das ganz entscheidende Thema, um das wir uns kümmern müssen. Und da hat es ganz viel damit zu tun, mit welchen Ressourcen wir arbeiten. Und einfach zu sagen, regional ist super, nützt gar nichts. Regional können wir uns in die Haare schmieren, wenn nicht ordentlich produziert wird. Es nützt mir nichts, wenn ich ein Hühnchen aus der Region kaufe, das nach Maßstäben produziert wurde. Der Transportweg ist es nicht. Wenn ich einen Apfel bei mir vier Monate ins Kühlhaus lege, dann hat der von der Gesamtbilanz rein, was den Transport angeht, eine schlechtere Bilanz, als der, der aus Neuseeland kommt. Es geht nicht zentral um den Transportweg. Es geht um die Frage der Herstellung. Wo kommt das Futter her? Wie wird das Futter produziert? Wie werden die Tiere gehalten? Das ist die zentrale Frage. Und ich denke, dass wir diesem globalen Wahnsinn einen regionalen Riegel vorschieben müssen. Und das machen wir mit dem Ernährungsrat. Applaus 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 Vielen Dank.